So, Freunde der Ameisen, heute mal ein anderes Video. Schaut mal, Ameisen in Nahaufnahme, da haben wir sie. Ich habe mir eine Mikroskopkamera gekauft und wollte einfach mal das Ergebnis zum Test hier hochladen. Ist ja ganz hübsch, ich denke mal, damit werde ich in den kommenden Ameisen-Videos mal ein bisschen was machen. Und ich habe mir hier Lasius Niger mal ausgesucht. Die sind jetzt die unglücklichen Testameisen, die die Prozedur hier über sich ergehen lassen dürfen. Die haben wahrscheinlich gedacht, die werden von einem UFO abgeholt oder das Ding hat da sechs LED-Lampen noch dran. Und ja, jetzt haben sie sich schon wieder ein bisschen beruhigt, bevor ich auch Aufnahmen gedrückt habe. Habe ich sie schon ein bisschen gefilmt, aber filmen wir mal noch andere Ameisen. Nämlich Lasius Flavus, die will ich auch nochmal nerven. Nicht nur die Dingsbumse, die Lasius Niger. Jo, die haben hier ordentlich Brot und da sieht man sie auch mal besser. Die hat man ja auf der letzten Aufnahme bei dem Königin-Check, Ameisen-Mittwochs-Check, irgendwas, was ich da gemacht habe, nur schlecht gesehen. Und ach, das ist, na, das ist schwierig hier zu manövrieren. Das Ding ist spiegelverkehrt. Ich zoome mal ein bisschen rein. Vielleicht haben wir noch was. Hier haben wir meistens zwei Zoom-Stufen, wo man was sieht. Einmal niedrig, einmal hoch. Nein. Hallo? Nein, dann mache ich mal wieder zurück. Ist jetzt kein qualitativ hochwertiges irgendwas zusammengeschnittenes. Zusammengeschnittenes schon, aber kein hochprofessionalisiertes Video. Ich wollte einfach nur mal die Kamera testen. Und guckt euch das mal an. Die sitzen da, man sieht, wie schön nass die Watte ist. Sitzen hier friedlich und, na, friedlich ist jetzt was anderes. Aber naja, machen da ihren Krams und rennen hin und her. Die eine hat da irgendwelche Anfälle. Keine Ahnung, was die macht. Hm. Jo, Larven sind da. Wunderbar. Hier zuckt die da unten. Das muss ansteckend sein. Die eine zuckende Ameise ist gerade zu der da hingerannt. Und naja. Ihhh. Was ist das denn? Das sieht so weiß aus, immer wenn man guckt. Und hier ist es richtig schmierig, als hätten die jetzt aus dem Sumpf gezogen. Bah. Stichwort bah, das Backpapier. Alter, guckt mal. Das hat ja richtig Fasern, das sieht man hier. Wie cool ist das denn? Jo. Jo. Da ist der Honig drauf. Aber man sieht richtig, wie faserig so Papier sein kann. Das ist ja cool. Naja. Äh, Ameisen. Ist ja kein Backpapier-Channel. Hier ist der Ameisen-Channel. Da sitzen sie. Jo. Und machen irgendwas. Macht mal was Interessantes. Kommt. Da hinten die sortierte Larven. Ah, da packt sich eine Larve. Da sieht man das wunderbar, wie sie die zwischen den Mandibeln nimmt. Und ja, irgendwas damit macht. Und zwar zur Königin bringen. Zu einer der Königin bringen. Naja. Ich will mal was ausprobieren. Ich guck mal, was die Kamera macht, wenn ich sie mir in die Pfanne halte. Für einen Moment. So, der große Face-Reveal auf Underground World. Was? Ihr halbt mir die Kamera direkt ins Gesicht? Ich kann nichts dafür, dass sie keinen fernen Fokus, sondern nur Nahfokus hat. Naja. Äh, kriege ich da überhaupt ein Bild? Das ist alles schwatt. Moment. Machen wir mal abdunkeln und... Oh! Oh, eigentlich wollte ich nur, wie ich es mit meiner Kamera aufmache, wenn die keinen Fokus hat, den Finger davor halten und wieder wegnehmen. Aber guckt mal hier. Was für ein attraktiver Fingerabdruck. Und was habe ich denn da zwischen den Rillen in den Fingern? Gitt. Da ist ja irgendwas Weißes und Bar. Ne, das machen wir mal weg. Da ist schöner. Ne, da ist auch Weiß. Da, da, das ist schöner. Das ist eine Fluse. So. Ich glaube, ich gebe mir gleich mal die Hände waschen, wenn ich das hier aufgenommen habe. Guckt mal. Das ist ja nice. Ich will mal was ausprobieren. Ich filme jetzt den Bart. Wo ist mein Bart? Dort. Dort ist er rasiert und dort ist er. Unrasiert. Jawohl. Alter, hat das Ding eine Auflösung. Also, eine Zoom. Die Auflösung ist naja. Aber der Zoom. Oh. Das sieht ja aus wie in so einem Fantasy-Film. Ey. Die Wiese im Wald des Todes oder sowas. Irgendwie. Keine Ahnung. Ich will mal gucken. Ja. Ist doch hübsch. Nur mal auf die rasierten Stoppel. Und nein. Nein. Das sieht aus, als hätte mir jemand Nadeln in die Haut gerammt. Das ist nicht schön. Das ist ein kleines Haar. Schön ist es aber nicht. Naja. Wieder hier hin. Da ist es toller. Ja. Nice. Und ich habe hier eine Fluse. So ein Mie-Haar. Ist das eine Hundehaar oder so? Das ist dünne. Okay. Ich gehe mir gleich nicht nur die Hände, sondern auch den Bart waschen, wenn ich ihn mit aufnehmen fertig bin. Und was ist das denn? Alter. Ich kriege graue Haare im Bart. Das geht mal gar nicht. Sogar mehrere. Ich werde alt. Scheiße. Ja. Dann ist es ja bald soweit. Mit einem Fuß stehe ich schon im Grabe. Da ist das erste graue Haar im Bart. Super. Ich probiere jetzt gleich mal was anderes, wenn ich hier fertig bin mit dem Bart. Und zwar das Futter. Moment. So. Das ist Ameisenfutter. Und zwar das gute Endstore Ameisenfutter. Das sieht aus, als würde es gerade von der... Als hätte ich es an die Decke geklebt, weil die Kamera nimmt das total spiegelverkehrt auf. Also ihr müsst euch vorstellen, dass der Haufen nicht so aussieht, als klebt er unter der Decke, sondern der liegt auf dem Tisch auf einem, ja, Stück Papier. Hier ist doch hübsch. Da stand aber auch Asche drin. Ich sehe keine Asche. Das sind Viecher. Ich zoome mal. Ich wollte ja noch zeigen, was ich vorhin bei Lasius Viecher meinte mit zwei Zoomstufen. Da war es gerade. Jetzt ist Millimeterarbeit angesagt. Das ist eine Feinjustierung hoch 3. Ich glaube, ich habe es, oder? Ja, guckt mal. Das ist die zweite, die höhere Zoomstufe. Wir bewegen uns hier im Bereich, ich schätze mal so 500-facher Zoom mindestens. Ja, nice. Das sind irgendwelche komischen, zermahlenen Viecher, glaube ich. Das ist Proteinfutter, das es da gab beim Endstore. Gucken wir mal. Was ist das denn für ein Riesenteil? Das ist ja eine halbe Rinderhälfte schon. Hm, ich weiß nicht, was das war. Das ist ein ziemlich großer Brocken. Ich zoome mal raus. Vielleicht sieht man dann, was es war. Nein. Ein Stück Schabe, oder was soll das sein? Ich weiß es nicht. Ich gucke mal, ob ich eine Ameisen mal finde, die wir filmen können. Einen Moment. Da haben wir auch schon eine. Ich lasse mir nicht nachsagen, ich sei Rassist und nerve jetzt mit dieser riesen Strahler-LED-Kamera nur Lasius-Ameisen. Nein, auch die Mürmica kriegt hier ihr Fett weg. Ist das... Ist das... Ist das... Ist das der richtige Begriff überhaupt? Rassist oder Spezisist? Gattungsist? Ich weiß nicht, was war das jetzt? Egal. Ist auch egal. Äh, ja. Hier habe ich gerade versucht, die Dinge, das Glas zu drehen, damit wir der Ameisen mal von vorne ins Gesicht gucken können. Leider hat die sich da mit gedreht. Ich drehe es nochmal. Nein, 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 nein. Ach, jetzt hat die sich schon wieder gedreht. Guckt mal. Wartet. Wartet. Ja, Spiegel verkehrt. Ich bin Gruppmotoriker. Ich weiß da. Wir gucken hier schon wieder von hinten auf die... Ich drehe jetzt so. Mann. Da ist die Watte im Weg. Die will nicht von vorne gefilmt werden. Die weigert sich schlicht und ergreifend. Wenn ich das Glas drehe, dreht die sich auch in der Zeit. Immerhin kann ich so nochmal eindrucksvoll demonstrieren, wie man es nicht macht mit einer Mikroskop-Kamera. Nämlich so. So, ha, jetzt habe ich dich. Fast. Nochmal. Das ist jetzt gerade alles gar nicht passiert. Ich fange jetzt mal von vorne an. So, stellt euch einfach vor, der ganze Mist gerade, der war nicht hier auf Bild, sondern... Ja, jetzt geht es los mit der... Wo ist sie denn? Mürmica. So, äh, ja. Mürmica. Robra sitzt hier über ihrer Larve und winkt mit den Antennchen. Da sieht man auch wunderschön die Scheren und dass sie Haare hinten am Gast da hat. Die, die müsste ich auch mal rasieren jetzt. Och, bleib doch mal stehen. Na. Gut, dann gucken wir uns die Larve an. Dort. Das ist ziemlich schwierig, wenn das wirklich ein Millimeterbereich ist. Irgendwie ein klares Bild hinzubekommen. So, vielleicht hätte ich das jetzt vorher machen sollen, bevor ich auf Aufnahmen drücke. Egal. Da läuft sie. Da sitzt sie. Da macht sie. Nur was weiß ich nicht. Naja. Soll es auch erstmal gewesen sein. Das war jetzt nur zum Test. Ich denke mal, die Kamera wird jetzt nochmal öfter zum Einsatz kommen in den nächsten Videos. Ich wollte euch nochmal zeigen, wie sowas aussieht. Und dass es hier durchaus vorangeht. Und ich mein Equipment mal ein bisschen aufbessere. Da halte ich die Larve. Nett. Ja gut. Freut euch schon mal auf das nächste Ameisenvideo. Ich gucke mal, ob ich das hier irgendwie mit dem Zoom-Kamera-Dingsbums mit einbauen kann. Bleibt dran. Und bis zum nächsten Mal.